So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Max Out Monday. Es ist soweit, ich möchte wieder Pokémon Maxen, 6 Stück an der Zahl, ich hoffe heute passt alles, wahrscheinlich nicht. Ich dachte in letzter Zeit, die Fehler passieren immer vom Internet her, deswegen wollte ich das Handy jetzt über USB verbinden, das erkennt es einfach nicht, ich habe alle möglichen Kabel durchprobiert, wir müssen es weiter übers WLAN machen. Und ich nehme natürlich wieder 5 Vorschläge aus der Community, die gemacht wurden hier unter dem letzten YouTube-Video, unter der letzten Max Out Monday Folge. Ich möchte aber auch wieder einen Titel-Pokémon bestimmen. Die Oxys ist gerade in den Raids, aber ich habe ja damals schon ein Die Oxys gemaxed auf Level 50 mit 100%, kann ich diesmal also nicht machen. Was kann ich machen, was ist auch ein Psycho-Pokémon, morgen geht das Psycho-Spektakel los, auch mit Mega-Simsala in den Raids, dann werde ich morgen einen Community-Raid machen und auch direkt Raids für Zuschauer. Ich maxe Mewtwo. Mewtwo, sagen die 1, äh, sagen manche jetzt aber, hast du doch auch schon mal gemaxed, wenn wir hier gucken, hier ist das 100% Mewtwo auf Level 50, das heißt hier Jochen, nach 783 Raids, endlich das 100er. Mit 4724, aber was ich noch habe, was eigentlich das seltenste 100er ist, was ich auf der Hand habe, würde ich so sagen, das ist ein Rüstungs-Mewtwo vom 28.07.2019 100%, das ist natürlich nicht so stark wie das normale Mewtwo, auch nicht wie ein Krypto-Mewtwo, aber es ist einfach verdammt selten, weil so wenig Leute haben ein Rüstungs-Mewtwo und ich kenne gefühlt niemanden, der ein 100% Rüstungs-Mewtwo hat. Ich habe hier dieses 100% Rüstungs-Mewtwo, was eben verdammt genial aussieht, möchte dieses jetzt endlich mal auf Level 50 pushen. Braucht nur noch 100, 93 XL-Bombombs, kommt auf 3.603. Ich werde einfach den Bewertungsscreen mal hier so einblenden, dass ihr das seht, weil das ist das Titel-Pokémon. 100% Rüstungs-Mewtwo auf Level 50. Kennt ihr irgendjemanden, der das hat? Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr überhaupt ein Rüstungs-Mewtwo? Schreibt es mal in die Kommentare. Da muss jetzt hier der Tag natürlich noch dran für Level 50. Ihr seht, ich habe auch genügend XL-Bombombs. Ich könnte also auch noch ein Krypto-Mewtwo endlich mal maxen. Möchte ich aber heute nicht, das möchte ich auch als Titel-Pokémon, wenn schon, machen. Vielleicht nächste Woche, wenn nichts anderes krasses hinzukommt. Aber die Oxys ist ja immer noch in den Raids. In dem Event jetzt gibt es kein neues Pokémon, was eingeführt wird. Also, denke ich mal, nächste Woche gibt es auch Mewtwo, aber dann Krypto-Mewtwo auf Level 50 gepusht. Das ist jetzt hier meins. Damit gehe ich jetzt raus. Gehen eure Vorschläge, 5 Vorschläge aus der Community. Wenn ich ein 100% habe von eurem Vorschlag und genügend XL, werde ich das maxen. Mal gucken, wie lange es heute dauert. Anton Santana, mein Vorschlag ist Somniam und danke für den G-Weier-Max. Gucken wir also gleich mal nach Somniam. S-O-M, hier ist Somniam. Aber ihr wisst ja, wir wollen, wenn wir was maxen, natürlich die Weiterentwicklung maxen. Das ist Somnivora. Ich habe 263, das passt nicht. Selbst wenn ich jetzt noch 20 XL umwandele, sind wir 283, passt auch nicht. Können wir also leider nicht machen, sind zu wenig XL-Bonbons. Heute Abend, nee, morgen Abend, morgen Abend, 18 bis 19 Uhr, ist die Somniam-Spotlight-Stunde. Theoretisch könnte man da die restlichen XL vielleicht zusammenkriegen. Vielleicht also nochmal vorschlagen, vielleicht klappt es ja nächste Woche. Michael, rein, raus. Ich will, ich, ich werde 4-Sterne Darkrai verschlagen, okay. Haben wir aber schon. Darkrai, 4 Sterne ist auch schon da, nach 663 Rates. Gilt also auch nicht, ist aber schon gemaxed, 4200, dass ihr das mal seht. Ralf Köhler, neuer Anlauf. Wie sieht es mit Zarude aus? Zarude, kann ich direkt sagen, habe ich kein 100er. Ich habe kein 100er und bei Zarude habe ich natürlich auch keine XL-Baum-Bombs. Habt ihr mal geguckt, wie viele XL-Baum-Bombs man für einen Zarude braucht? Die sind ja Level 15, wenn die aus der Forschung kommen. Ihr braucht also mehr als 296. Gleichzeitig kommt ihr so gut wie gar nicht an XL ran. Bei Legendären, ihr macht einen Raid, kriegt 3 XL. Ihr macht 100 Raids und habt 300 XL. Zarude, kriegst du 1, fängst das und hast vielleicht 3 XL und das war's. Also 100% Zarude auf Level 50 max hat wahrscheinlich niemand. Niemand. Obwohl, man kann ja damit laufen, man kann alle Sonder-Bom-Boms umwandeln und so weiter. Hier also auch leider nix. Weil kein 100er und ich könnte nicht mal das, was ich hab, maxen, obwohl ich alle Sonder-Bom-Boms, die ich hab, immer in Zarude reinsteck. Steve, meine Vorschläge wären Potrod, Girafarig und U-Hafnir. Gucken wir mal nach Potrod. Potrod haben wir hier, Potrod haben wir keine XL. Girafarig können wir machen auf 2314. Dann gucken wir uns U-Hafnir gar nicht erst an. Du kannst aber gerne U-Hafnir wieder vorschlagen für die nächste Folge. Ich möchte nämlich nicht, dass einer alle 6 bestimmt, sondern wenn eins gepasst hat, dann geht's zum nächsten. Grüße an Steve. Jochen, meine Vorschläge sind Arbok und Pixi und Wulnona. Arbok. Ich glaub, Pixi und Wulnona haben wir auf jeden Fall schon gemaxed. Arbok noch nicht. Das heißt, Jochen, der Boss, hat das zweite bestimmt. Nämlich 100% Arbok auf 2171. Das ist sehr cool. Dann machen wir auch den Tag wieder dran. Level 50. Arbok. Wink, wink, angeschaut. Mondkrieger, coole Folge. Ich vorschlage Wuffels oder Legios. Wuffels hab ich keinen 100er. Und wahrscheinlich auch keinen XL. Ich hab keinen einzigen Wuffels-Rates gemacht. Ich muss alles nur aus Eiern kriegen. Legios hab ich. Nicht genügend XL-Bonbons. Aber das sieht immer noch irgendwie interessant aus. Habt ihr da mal drauf gedrückt, was das dann macht. Leider nicht, leider nicht. Zwei haben wir gemaxed. Ein Titel, Pokémon, drei fehlen noch. Baloo. Algit oder Milza, falls du die XL hast. Milza. Bruder. Milza. Wir haben hier einen Tobi. Wir haben die XL. Das ist ein Pokémon. Das muss in den Titel rein. Wenn nicht, mach mal Milza als Titel-Pokémon das nächste Mal für Baloo. Außer wir schaffen es, Algit zu maxen, weil dann ist ja schon ein Vorschlag von ihm weg. Guck. Guck mal, Algit. Ey. Aber wir müssen hier auf Tantrak. Müssen natürlich die Weiterentwicklung maxen. Die Weiterentwicklung ist Tantrak. Wir maxen also Tantrak hier auf 2694. Und das stand ja vor dem Milza. Haben wir also gemaxed. Brauchen wir das Milza überhaupt gar nicht beachten. Ach, habe ich mich da wieder rausgefuchst. Aber ja, danke für den Hinweis. Milza wäre auch ein Pokémon, was man als Titel Pokémon natürlich reinschreiben kann. Zwei Vorschläge noch. Henry Herford. Mein Vorschlag für die kommende Woche. Forstelka, Lunarstein oder Sonnfell. Beim letzten Mal hat er ja Forstelka geschrieben. Habe ich nichts gefunden. Jetzt gucken wir mal hier rein. Forstelka. Das müsste Forstelka sein. Ich habe keine XL. Als nächstes hat er Lunarstein, ja. Lunarstein. Gucken wir mal auf Lunarstein. Lunarstein ist schon auf 50. Sonnfell. 100% hier oben. Oh, Sonnfell können wir maxen. Auch auf 2631 kriegt 703 WP dazu. Kriegt ihr direkt den Level 50 Tag. Wir haben noch eins übrig. Ja, eins. Ich glaube eins, oder? Marcel Fernoff sagt, Enton. Enton haben wir. Müssen wir nach Entoron gucken. Entoron ist schon gemaxed auf 2770. Nick. Danke für den Barnett-Max-Out sehr stark. Heute sind Drift-Zeppli. Schluck weg oder wälzer meine Vorschläge. Habe ich nicht verstanden. Weil er hat Barnett vorgeschlagen. Ich habe Barnett gemaxed letztes Mal. Ein anderer wollte Drift-Zeppli. Ich habe Drift-Zeppli gemaxed. Und er schlägt einfach wieder Drift-Zeppli vor. Also er muss ja die Folge geguckt haben, weil er weiß ja, dass ich eins gemaxed habe. Aber er hat Drift-Zeppli übersehen. Was steht hier? Kommentar schon geschrieben gehabt. Ah, bevor du das gezeigt hast. Der ist also richtig fleißig gewesen. Mit seinem. Das heißt, Schluck weg und wälzer können wir uns mal angucken. Schluck weg und wälzer. Schluck weg. Passt. Oh mein Gott. 2236, 399 dazu kriegt ihr auch einen Level 50 Tag. Bitteschön. Das ist Schluck weg. Das heißt, wälzer müssen wir uns gar nicht angucken. Waren das jetzt sechs Stück? Wir hatten Girafarig. Wir hatten Arbok. Wir hatten Algit. Wir hatten Sonnfell. Und wir hatten jetzt Schluck weg. Plus meins sind sechs Stück. Ansonsten hier, Grüße an den Sondengänger. Stimme und Stimmung besser. Grüße an Ferdifuchs, Mini-Würstchen. Grüße an Ellen, an Bisa-Fan Enzo, an Julchen natürlich. Grüße genau wie an Kai Pötzsch, an Benjamin Engel, Speedstar, Laurin Zobler, Shenaya, Madu Pognu, Koko. Ich kann jetzt leider die restlichen nicht berücksichtigen. Möchte aber natürlich, dass ihr neue Vorschläge macht für nächste Woche. Also, wenn ihr jetzt nicht dran wart, nicht aufgeben, schreibt eure Vorschläge wieder in die Kommentare. Vielleicht seid ihr beim nächsten Mal dran. Oder wenn ihr dran wart und euch ist noch was anderes eingefallen, schreibt es auch rein. Die ersten werden die, na nicht die ersten, werden die letzten sein. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Also, wir haben es aber letztes Mal gehabt, dass wir komplett die Liste durch waren und hatten noch keine sechs Vorschläge. Das gab es auch schon. Lasst euch also nicht irritieren. Immer am Ball bleiben. Ich finde das Format immer noch genial. Ja, mir macht das mega Spaß. Und jetzt mit diesem 100% Mewtwo im Rüstungswahn finde ich das sowieso noch genialer. Guckt euch das an. Sieht das nicht toll aus? Ein normales 100% Rüstungsmewtwo. Ach, ein normales 100% Mewtwo und eben noch ein 100% Rüstungsmewtwo dazu. Beide auch auf Best Buddy. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und was habt ihr zuletzt gemaxed? Schreibt es mal rein. Schreibt eure Vorschläge rein. Und habt ihr ein Rüstungs-Mewtwo? Schreibt es alles rein. Wir sehen uns heute Abend bei Chill mit Ramses. Ich kann euch gleich noch mal kurz was zeigen, dass ihr das seht. Und es nicht heißt, es wusste keiner. Die Planung der Woche nämlich. Die Planung der Woche sagt, anstehende Livestreams. Heute Abend Chill mit Ramses. Dienstag ab 18 Uhr. Shiny Mega Simsala Raids für Zuschauer, weil das komplett neu ist. Mittwoch Raid Mania, wo ihr mich einladen könnt zu euren Dioxys Raids. Und ich sage nochmal dazu, ich werde niemanden annehmen, der mich für Verteidigungsdioxys einlädt. Das habe ich als 100 auf 50. Ich werde alle anderen annehmen, aber keine Verteidigung. Und am Sonntag, schon mal angekündigt, von 14 bis 17 Uhr ist der Dioxys Raid Day mit erhöhter Shiny Rate bei Dioxys. Beim letzten Mal war das Interesse sehr gering. Jetzt ist die Shiny Rate aber deutlich erhöht. Ich möchte also nochmal diese drei Stunden bieten. Wenn ihr noch irgendeins als Shiny braucht und bei euch schon alle Raids gemacht habt, dann kommt rein in den Stream. 14 bis 17 Uhr. Wer Shiny braucht, das ist die beste Gelegenheit, bei Dioxys noch zuzuschlagen. Egal welche Form, ich bin da oder wir sind da. Mal gucken, macht mit. Wer das Shiny noch braucht, ich helfe euch. Und wir sehen uns heute Abend bei der Verlosung vom GoFest Shiny. Aber dazu nicht später mehr, sondern wer es gesehen hat, weiß Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.